Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Leider beinhaltet die Tonspur dieser Anmoderation so viele Störgeräusche, dass ich sie hier nochmal brandneu für euch aufnehme. Die Lippenbewegungen stimmen nicht ganz überein, das Gesagte leider auch nur fast richtet sich grob nach dem Original, würde ich einfach mal ganz frech behaupten. Ja, was habe ich hier so gesagt? Ich habe gesagt, dass ich mich bei Bad Honne am Rhein befinde bzw. gerade noch an einem kleinen Nebenfluss und dass ich da jetzt ein bisschen rumlatsche, dass ich auch schon besondere Vögel gesehen habe, die aber immer abhauen, wenn ich versuche, mich hier zu ernähren und das war's eigentlich. Jetzt packe ich noch kurz mein Grab zusammen und dann geht's los. Vielleicht schaffe ich ja auch auf diese kleine Insel hier rüber zu kommen. Wobei ich glaube, das ist gar keine Insel. Ich glaube, das ist einfach nur das Ufer von der anderen Seite, das aufgrund des niedrigen Wasserstands einfach so krass brach liegt. Das ist so ein richtiger goldener Herbsttag. Eine Mischung aus Melancholie und Lebensfreude. Kennt ihr das? Durch die Sonne habt ihr eigentlich das Gefühl, so ihr habt gute Laune und so weiter. Es hat irgendwie was Sommerliches, aber das ganze Sterbende um einen Außenrum, das durch den Herbst automatisch zustande kommt, fallende Blätter etc. löst gleichzeitig Melancholie aus. Aber hat irgendwie was der Ort. Der wirkt so verlassen und brach liegend und irgendwie schlummert. In dieser Verlassenheit, eine traurige Schönheit. Hier befindet sich eine ziemlich enge Stelle mit Steinen und Stöcken und so weiter. Vielleicht komme ich hier rüber. Meine Schuhe werden schon gut getränkt bei der Aktion. Zum Glück sind sie dicht und ich behalte trockene Füße. Also prinzipiell wäre es kein Problem hier rüber zu gehen. Und jetzt kommt das aber. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich könnte hier mein Stativ als Stock verwenden und dann noch die Kamera dabei halten. Geil. Aber wenn ich es nicht filmen würde, würde das ganze ja keinen Sinn machen. Dann würde ich es ja einfach nur für mich machen und nicht um Klitz abzustorben. So, da bin ich. Und von hier könnte ich jetzt theoretisch einfach da drüben wieder an Land gehen. Will ich aber nicht. Ich will nämlich eigentlich eher da hoch, wo ich bewaldete Hügel gesichtet habe. Und die mal ein bisschen erkunden. Ein paar Muscheln zieren hier auch den Boden. Daran sieht man, dass der Wasserstand hier eigentlich viel höher sein muss. Also ich nehme mal an, dass alles, was man hier sieht, sich normalerweise unter der Wasseroberfläche befindet. Und jetzt sei es zurück über diese wackelige Konstruktion hier. Diese Überquerung wird jetzt wahrscheinlich kein Auskraft für Kameraführung bekommen. Aber besser so, als dass ich dann mit allem drum und dran volles Rohr in der Brühe lande. So, kurz und schmerzlos. Schaut mir, habe ich eine besondere Pflanze entdeckt und zwar eine Tomatenpflanze. Wahrscheinlich hat mal jemand bei einem Picknick oder so vom Tomatenkern fallen lassen. Und die hat sich dann selber ausgewildert. Die blüht auch noch in Hülle und Fülle und es hängt sogar ein paar kleine grüne Tomaten dran. Aber ich glaube, die werden dies ja nicht mehr reifen. Und was ich an Tomatenblättern liebe, ist ihr geiler Duft. Der erinnert mich zurück an alte Tage, als ich auch meine fetten Fleischtomaten angebaut habe. Und wisst du noch, gibt es Videos zu auf diesem Kanal. Mir wird gerade eine Sache bewusst, die ich bis dato gar nicht geblickt habe. Und zwar ist hier direkt der Rhein. Das heißt, über den muss ich erstmal rüberkommen, wenn ich auf die überwaltenden Hügel da hinten will. Schauen wir mal, wie wir das anstellen. Hier fahren sie vorbei, die Schiffe. Das heißt, ich muss erstmal ausschauen nach einer Brücke halten. Sonst kann ich mir immer meine bewaltenden Hügel in die Haare schmieren. Hier geht jetzt auch so langsam die Sonne unter. Dort hinten befindet sich der Drachenfels, der ist noch heller leuchtet. Aber hier in niedrigeren Gefilden kehrt langsam Dunkelheit ein. Und ich muss jetzt mal eine Brücke finden, die hier rüberführt. Oder ich kann mal einen Plan knicken. Wovon ich übrigens durchaus ausgehe. Weil ich hier nirgendwo eine Brücke sehe. Bis zu dieser Flussbiegung hier und dieser sehe ich nirgends eine Brücke, die über den Rhein führt. Man weiß, wie viele Kilometer ich lachen muss, um einen zu finden. Bis dahin ist stockfinstere Nacht. Deswegen mache ich, glaube ich, einfach was ganz anderes. Ich gehe einfach da beim Drachenfels irgendwie auf den Weinberg hoch oder so. Keine Ahnung. Mal schauen, was mich da erwartet. Es gibt überall spannende Orte. Ehrlich gesagt finde ich sogar, dass es da drüben noch spannender aussieht, als hier. Jetzt will ich es mir mal genauer anschauen. Mysteriöser. Und schaut mal da, noch eine Tomatenpflanze. Und da noch eine. Jetzt geht es aber los hier. So langsam stehlen Tomatenpflanzen mir hier die Show. Die meisten Leute würden einfach dran vorbeilatschen und sagen, scheißegal. Aber ich halte mich irgendwie immer ewig an so kleinen Details auf. Das wird mir auch oft nachgesagt. Aber das hat einfach einen Charakterzug von mir. Wobei eigentlich halte ich mich nicht an ihnen auf, sondern ich erfreue mich an ihnen. So könnt ihr aus jedem Moment Lebensfreude ziehen, wenn ihr irgendwas kleines findet, was bemerkenswert ist und woran ihr euch freuen könnt. Hier ist auch gleich eine richtig schöne Spiegelung auf dem Wasser. Und die Steine hier am Ufer. Das rennt mich total an meine Heimat am Bodensee. Und das hier ist ja auch Bodensee Wasser, was hier im Meer vorbeifließt. Die ganzen Steine hier, die wurden alle vom Rhein herbeigetragen. Alle von da unten aus dem schönen Süden. Aber hier ist schon auch schön. Und gerade wenn man da hinten den Drachenfels und so weiter anschaut, dann versteht man schon, wo all die Legenden um das märchenhafte Rheinland und so weiter herkommen. Ganz ehrlich, mir wird es jetzt langsam zu dunkel, bis ich da oben in den Bergen bin. Es ist Nacht. Darum bringt es es nicht mehr wirklich, da noch hoch zu gehen. Aber war trotzdem ein ganz netter Ausflug. Das war jetzt ein kleines, gemächliches Video. Es werden bald auch wieder spannende, ausführliche Exkursionen kommen. Wo ich mir auch wirklich mal etwas kritischere Orte vornehmen will. Und einfach mal schauen, wie ich klarkomme. Vielleicht auch mal wieder eine Outdoor-Übernachtung oder sowas. Draußen kochen, grillen, Feuer machen oder sowas. Bestimmt auch mal wieder in meiner Heimat oder auch in ganz anderen Orten, wo ich noch nie war. Es gibt ja noch vieles zu entdecken auf dieser Welt. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, spannender Shit wird kommen. Dankeschön. Ciao. Ciao. Hallo. Hallo. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020